Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zur Mathematik bzw. genauer gesagt zur Mengenlehre und heute schon mit unserer ersten Praxis-Lektion und zwar mit Python. Ich habe es schon angekündigt, wir brauchen Sachen aus der Mathematik überall beim Programmieren und so ist es selbstverständlich auch mit Mengen oder wie man sie in Python nennt Sets. Denn ein Set ist genau das, ein Set ist eine Menge und falls ihr in Python schon jemals mit Sets gearbeitet habt, ihr habt genau diese Dinger dort zur Verfügung. Ihr könnt damit alles machen, was ihr auch mit mathematischen Mengen macht. Wir definieren uns jetzt mal unser Set, zum Beispiel Haustiere, das war letztes Mal unser Beispiel meiner Haustiere. Das sind zwei Katzen, zwei wundervolle Katzen, die ihr nicht sehen könnt, weil ich keine Kamera anhab, aber die auch gerade nicht hier im Raum sind, aber gelegentlich hier im Raum sind. Genau und sie haben die Namen, einmal Nana und einmal haben wir Loki. So, und diese beiden sind jetzt in diesem Set drin. Das hier sind Strings und das hier ist auch ein String, selbstverständlich und wir trennen das wie bei einer Liste auch. So, und jetzt sehen wir hier schon tatsächlich das erste kleine Schmankerl, wie man so schön sagt. Wenn ich eine leere Menge erstelle, dann tue ich das sogar mit der mathematischen Schreibweise. Ich mache das mit geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Das ist eine leere Menge und die kann ich mir selbstverständlich auch erstmal ausgeben lassen. Ich kann mich hier nämlich einfach Haustiere ausgeben lassen. So, und dann sehen wir hier, aha, leere Menge. Ja, ist jetzt nicht wirklich spannend. Wenn ich jetzt die beiden Haustiere einbaue, dann sehen wir hier, die werden mir auch gleich wieder ausgegeben. Und natürlich auch mit dieser Mengenklammer hier. Das ist also eigentlich ganz verständlich. Was passiert denn jetzt aber, wenn ich, sagen wir noch, 1, 2 und 3 mit reinpacke? Und hier wird es jetzt lustig. Wir sehen, dass 1, 2 und 3 vornander stehen. Warum stehen die jetzt davor? Hier oben sind sie doch danach. Naja, genau das ist eine Eigenschaft von Mengen. Und das unterscheidet Mengen bzw. Sets von Listen. Sie haben keine Reihenfolge. Es sind alle Elemente gleichwertig. Sie sind einfach drin oder nicht drin. Und dementsprechend kann ich hier auch nicht sagen, es kommt zuerst unsere Katze, dann unser Kater, sondern sie kommen einfach beide gleichzeitig. Sie sind einfach beide Element der Menge. Und demnach kann ich hier auch nicht irgendwie eine Reihenfolge definieren. Das geht einfach nicht. Was dadurch auch lustigerweise nicht funktioniert, ist, ich kann nicht eine Zahl oder auch ein Tier zweimal hier zu meinen Haustieren hinzufügen. Das funktioniert nicht. Denn Nana ist schon hier drin. Man kann sie nicht zweimal hinzufügen. Und das ist eine wichtige Eigenschaft. Ein Element ist in einer Menge drin oder ist es nicht drin. Es gibt keine Anzahl von Elementen in einer Menge. Ich kann nicht dasselbe Element, dasselbe Objekt mehrfach in eine Menge reinstecken. Das geht einfach nicht. Genau das ist eben sowohl bei den Sets als auch bei den Mengen wiederum gleich. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, zwei Hauskatzen haben, die rein zufällig beide Nana heißen. Ja, das kann ja vorkommen, dass wir beide gleich genannt haben. Dann müssen wir das irgendwie anders zur Kenntnis nehmen und hier ein Nana zwei hinten dran hängen. Dann sind natürlich beide drin, denn dann sind sie nicht mehr identisch. So gehen wir hier allerdings von Identifiern aus. Das heißt, eindeutigen Identifizierung sozusagen IDs. Und wenn wir eine ID haben, also die Zahl 1 ist in einer Menge drin, dann kann sie nicht mehrfach in einer Menge drin sein. Denn es gibt die Zahl 1 in der Mathematik auch eigentlich nur einmal. Es gibt nicht 150 Einsen, wobei wahrscheinlich sich da auch ein paar Leute drüber streiten würden. Aber genau, für Mengen würde das hier so funktionieren. Was wir allerdings wissen ist, es gibt eine Länge bzw. eine Anzahl an Elementen in meinem Set drin. Die kann ich in Python mit Leng auslesen, wie ich das auch bei Listen machen würde. Und hier sehen wir lustigerweise auch wieder, das ist die Anzahl an Nichtduplikaten in meiner Menge drin. Und genau diese Anzahl an Nichtduplikaten führt natürlich dazu, dass ich nur 5 Elemente drin habe und keine 6 Elemente. Was wir aber auch schon gesehen haben, Datentypen interessieren uns hier nicht. Es kann eine beliebige Menge sein mit beliebigen Mixturen aus realen, wirklich existierenden Elementen oder Objekten und gedachten Objekten oder auch anderen Zahlen. Also es ist völlig egal, ob wir hier jetzt mit 1, 2, 3, mit Strings oder mit Booleans oder sonstigen Typen arbeiten. All das ist gleichwertig. Und ja, hier sehen wir eine ziemlich direkte Übersetzung von mathematischen Mengen zu einer programmatischen Lösung. Sogar die Schreibweise ist eigentlich mit den geschweiften Klammern sehr, sehr gleich. Wir werden gelegentlich in der Serie, auch wenn wir Mengen schreiben, diese Schreibweise hier nehmen, weil die relativ universell gültig ist. Das heißt, mit geschweiften Klammern macht man halt einfach Mengen auf und man macht sie halt auch mit geschweiften Klammern wieder zu. Okay, das war es von meiner Seite soweit schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich bin auf euer Feedback gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.